79.000 Euro kostet dieses Haus hier den Messepreis und es ist ein richtig großes Haus. Ihr habt noch größere, also die Nachfrage ist sehr, sehr groß. Wie ist dein Vorname? Wie heißt du? Mein Name ist Christian. Christian, ich zeige es mal. Du bist von Priko Farb und er kommt aus den Niederlanden und ihr baut so, dass man dafür auch eine Baugenehmigung bekommt. Das hängt natürlich auch vom Dachwinkel ab und so weiter, aber Wärmedämmung und so weiter, das würde gehen. Ja doch, wir können bis KW 40 Plus nachhaltig können wir jedes Haus bauen. In jeder Größe, in jeder Ausführung, ein-, zweistöckig und wenn es sein muss auch mehrere Module nebeneinander. Ja, das habe ich gesehen. Ihr bietet nämlich Single-Module an. Das wird hier wahrscheinlich ein Single-Modul sein, oder? Stimmt, genau. So, 25 Quadratmeter, ein Double mit 50 Quadratmeter und ein Triple. Das heißt, die werden dann miteinander kombiniert. Kann ich denn erst mal ein Single kaufen und später noch eins dabei? Ja, ich habe zufällig eben auch mit der jungen Dame gesprochen, die jetzt zusammen mit ihrem Mann ein kleines Haus haben möchte, aber in der Zukunft Kinderwünsche hat. Wobei wir das Haus jetzt schon so machen, dass sie in der Zukunft ganz einfach erweitern kann. Und Vorteil davon ist natürlich, dass Sachen wie Küchen und alles schon drin sind, also die Kosten für eine eventuelle Nachrüstung eigentlich niedriger sind. Ja, das Ganze hat jetzt eine Breite von drei Metern oder drei? Wie weit sind wir? Hier ist es drei Meter, aber wir können im Grunde bauen auf jede Breite, die wir haben möchten. Ihr habt eine gute Qualität. Ihr kommt aus dem Hausausbau. Das heißt, kennt euch aus mit Fenstern? Ja, stimmt, genau. Wir bauen neben, da wir Modulhäuser bauen, bauen wir auch selbst unsere eigene Fenster und sind eigentlich eine komplett selbst-supportige Firma. So, die Seiten sehen aus wie HPL. Ist das HPL? Hier die Seite, nein. Unten ist eine Zementplatte, das ist eigentlich eine Platte, die in die Erde reingesteckt werden kann und die keine Feuchtigkeit annimmt. Wobei man eine Ebene schaffen kann, da der Innenflur gleich ist wie außen der Garten. So, man kann also die gleiche Ebene schaffen. Viele bauen sich ja hier noch Terrassen davor mit allen drum und dran. Bietet ihr sowas auch an? Habt ihr Partner, mit denen ihr das macht? Ja, im Grunde machen wir alles selbst. Wir können Terrassen machen, wir können auch andere Ausbauten dran machen, Veranders, Wintergärten. Eigentlich ein komplettes Paket. Drei Meter heißt in Deutschland schon Schwertransport. Das bedeutet, es geht aber noch. Also es geht ja noch breiter. Ich glaube bis vier Meter irgendwas. Das hier ist jetzt ein Tagestransport. Kann man den als Tagestransport? Hier ist es ein Tagestransport. Wir haben eine komplette Dauergenehmigung auf drei Meter und transportieren eigentlich bis fünf Meter breit in einem Stück. In einem Stück. Kosten ungefähr in Deutschland? Rund 10.000? Abhängig von wo es hin muss, welche Genehmigungen da sind und alles. Aber Transport ist schon wirklich ein Kostenpost. Ja, ist ein Kostenfaktor. Alles wird immer ein bisschen teurer. Aber die Nachfrage ist ungebrochen. Ihr bedient ja natürlich Ferienparks, nehme ich an. Aber auch ganz normale Endkunden, oder? Meiste, was wir verkaufen, sind in diesem Moment Endkunden. Ferienparks sind in diesem Moment in der Entwicklung. Wir haben einen Park in Wesenberg, wo nächstes Jahr 50 Doppelhaushälften hingestellt werden auf zwei Stockwerke. Und so sind noch ein paar andere Urlaubsparks, wo wir größere Sachen hinstellen. Und auch in der Nachhaltigkeit. Also die kommen auch in 40 plus mit Nachhaltigkeitszertifikat. Wobei es für Investierer auch interessant ist, um solche Sachen für die Vermietung zu kaufen. Ja, man sieht das. Der kommt hier immer mit einem Fahrgestell. Das wird dann angeliefert. Was brauche ich denn für Fundamente? Punktfundamente? Was mache ich hier? Normal gesprochen Fahrgestell ist hier eine Ausnahme. Meistens bauen wir ohne Fahrgestell und werden die Sachen auf Schraubfinamenten gesetzt. Okay, das sind so ganz große Schrauben, die werden reingedreht, gell? Große Schrauben, die werden reingedreht und auf Druck gesetzt. Also letztendlich wird in dem Moment bestimmt, wie viel Drucklast irgendwo auf der Ecke ist. Und ich kann über das komplette Grundstück hin die richtige Druckzahl haben. Was ich normal bei einer Sondierung habe, ist, dass ich ein paar Punkte habe, wo irgendwas kontrolliert wird. Dann sage ich, okay, dann wird der Grund so sein. Beim Schraubfinament wird jede Schraube einzeln gemessen und eigentlich die optimale Druckverteilung auf das Haus weggesetzt. So, und das ist ein Traum für viele Leute, sich kleiner zu machen, weniger Geld natürlich auszugeben. Grundstücke, so langsam entwickelt sich das in Deutschland, oder? Ja, langsam sieht man, dass da immer mehr Leute kommen, die anstelle von einer ganzen Menge Miete zu zahlen doch lieber nach solchen Sachen gehen. Und mit der Nachhaltigkeit hat das auch vom Vorteil, dass man mal gegen geringere Zinsen Geld borgen kann und damit auch am bestimmten Moment Sachen bezahlbar machen kann. Ja, ich zeig das mal hier vorne. Das sieht so aus, als wäre, die Farbe würde ewig halten, oder? Ist das so in der Sonne, oder bleicht die aus? Nein, bleicht nicht aus. Hier ist wirklich eine gute Renolidfarbe und die hat sich im Fensterbereich schon in den letzten 40 Jahren bewertet. Und dieselbe Folie wird ja auch gebraucht für Fassadenteile. Die Dämmung, ist das Schaum? Habt ihr Schaumdämmung? Äh, abhängig von, ob ich nachhaltig sein muss oder nicht. Kann halt mit Schaumdämmung sein, ja? Okay, wir können doch gleich mal reingehen. Messepreis 79.000 Euro. Wenn ich ein großes Haus haben möchte, so ein Trippel, wo liege ich da, ich sag mal, normalerweise, komme ich, ich sag mal, mit 100, 130, 150? Klappt das? Nein. Nein. Bisschen mehr? Ja, ein bisschen mehr. Alles ist abhängig von, wie ich bauen möchte und was ich haben möchte. Wenn Sie ein Auto kaufen, auch wenn ich ein A3 kaufe, ich kann für 35.000 kaufen und ich kann für 135.000 kaufen und der Unterschied ist meine eigene Wünsche. So, ich zeig's mal hier vorne. Also, das Haus hat 33 Quadratmeter Grundfläche und erhält immer eine Baugenehmigung. Habt ihr schon mal keine bekommen? Nein. Immer? Immer. Das ist ja geil. Ja, normal gesprochen, das Haus wird gebaut nach Bauvorschriften, die in Deutschland geltend sein. Das ist genau dasselbe wie in Österreich, baue ich auch nach den Vorschriften von unserem Baumeister. In Deutschland haben wir auch noch unsere Genehmigung und alle Sachen, die wir brauchen, um eine bestimmte Genehmigung zu bekommen, die werden wir einsetzen. So, das Dach hat eine Dachneigung. Das heißt, das fließt in eine Richtung, das Wasser, oder? Ja. Okay. So, dann gehen wir mal drauf. Das heißt, das kommt hier mit diesem Holz auf der Veranda. Das ist dabei? Ja, bei jedem Haus ist jeder dabei. Ihr habt verschiedene Haustypen, nehme ich an, oder? Ja, im Grunde, wir haben eine ganze Menge Haustypen und danach ist alles individuell einzurichten. Also, Sie können selbst wählen, wie ich ein Haus haben will, in welcher Größe, welche Ausführung und wie in dem Moment das Haus gebaut werden muss. So, ich zeig mal, wenn ich dann noch E-Bikes habe, zum Beispiel, dann kann ich mir so ein kleines Haus noch mit dazu bauen lassen, im gleichen Look, oder? Ja, können Sie. Hier ist ein Sanitärgebäude, was Sie hier haben. Das ist ein Privatsanitärgebäude für auf Campingplätzen, wo ein komplettes Badezimmer drin ist. Also Toilette, Dusche und Waschbecken. Ach so, das kann ich mieten dann praktisch einzeln? Ja, kann ich dazu mieten, ja. Okay, toll. So, jetzt gucken wir mal hier den Eingang. Ihr habt hier eine große Doppeltüre eingebaut. Die schafft natürlich Raum. Wie ist die Reaktion hier auf der Messe von dem Haustyp? Gut. Die Leute sind angenehm überrascht über die Größe und die Möglichkeiten, die das Haus mit sich mitbringt. So, wir sind ja hier auf einer relativ schmalen Breite. Das ist ja auch wichtig, wenn ich jetzt ganz viele Einheiten nebeneinander platzieren möchte. Also, ich will jetzt auch Meere bauen. Und ich habe gesehen, ihr habt die eine Seite, auf der Seite ist weiß. Das heißt, ihr könntet schon mal zwei Häuser nebeneinander stellen, oder? Können wir machen. Wir können auch in Serie verspringen lassen oder wie auch immer. Was für uns wichtig ist, ist, dass Leute sich wohlfühlen. Und wenn man nach einer Seite hinbaut und man stellt sie nebeneinander, dann hat jeder seine eigene Preise hier in einem Garten. Stimmt. Keiner guckt dem anderen direkt ins Zimmer rein. Hier vorne siehst du sehr, sehr schön, wie schön ihr baut. Ich nehme an, die Tür, die wiegt ein bisschen, oder? Die Tür, die wiegt eine ganze Menge, ja. Ja. So, und da hast du vier große Scharniere mit drin. Du hast auch eine Mehrpunktverriegelung hier oben drin. Ja. Das heißt also, klar, es macht Sinn, natürlich eine Alarmanlage. Das ist ein normales Haus eigentlich, oder? Jeder hier ist gebaut wie ein normales Haus. So, wir gehen mal rein. Das ist jetzt so eine Wohnen- und Essbereich hier drin. Ja, stimmt genau. Wir haben ja im Grunde zwei Stühle hier drin. Das ist eigentlich für zwei Personen maximal. Aber wo einen großen Esstisch. Die Leute haben heutzutage Laptops und alles, möchten sitzen. Wenn Freude kommt, dann haben sie auch ein bisschen Platz nötig, um zu sitzen. Also, wir haben dafür gesorgt, dass wir sowohl im Essbereich als im Wohnbereich mit mehreren Leuten im Haus sein können. So, und das ganze Haus kommt fix und fertig eingerichtet. Das heißt also, Möbel, Küche, Tisch ist alles dabei. Bei den 79.000 sind die Möbel nicht dabei. Küche, Badezimmer, ja. Küche und Badezimmer, ja. So, das heißt also, die Einbauküche ist mit drin, aber alles, was man rausnehmen kann, ist nicht dabei. Alles, was man rausnehmen kann, ist nicht dabei. Habe ich das schön gesagt. Ja, das ist eine gute, gute Beschreibung von dem Ganzen. So, das heißt auch hier, diese Deko ist nicht dabei. Nein, aber die ist dabei zuzukaufen. Also, keine Angst. Kann ich den, ich sag mal, kann ich hier was an die Wand schrauben? Wie man sieht, geht's ja, oder? Ja, normal haben wir normale Schrauben reingebracht. Also, wir sehen, alles ist so verarbeitet. Man kann überall, durch das ganze Haus überall Schrauben gebrauchen und alles ist, alles ist fest. Ja, sehr auffällig ist die Raumhöhe. Was habe ich hier für eine Stehehöhe? Normal 2,55 Meter. 2,55 Meter. Okay, das ist ordentlich. Weil die Innenküren nach all dem Maß 2,31 Meter hoch ist. So, Architektentüren habt ihr reingemacht und das können wir uns gleich mal anschauen. Das Bad hier ist alles, ist stark, wie die Leute hier reagieren in Karlsruhe, oder? Ist das schön, die Messe für euch? Ja, das ist eine gute Messe für uns. Dass man das mal sieht. So, die Fliesen sind echt im Bad? Nein, das sind alles Fibro-Dressportplatte. Das sind eigentlich eine Holzplatte mit einer Beschichtung, die ewig hält. Die, die ewig hält. Okay, das ist interessant. So, wir gehen mal kurz durch, dann lassen wir euch mal raus, dass wir die Leute mal gucken können. Und hier ist das Schlafzimmer, ist das groß genug, das Schlafzimmer? Oder ist das zu klein für Sie? Das würde reichen. Würde reichen, ja. Sie sind alleine oder zu zweit? Zu zweit. Zu zweit. So, und das ist Bettmaß, was haben wir, Meter zwanzig? Ne, Meter vierzig. Meter vierzig, ja. Wenn man sich lieb hat und ein bisschen rankuschelt, dann findet man noch hier Platz. Aber das ist ja Maß... Können vielleicht mal Probe liegen? Ja, von wegen. Ist das Bett dabei, Karls? Ne, normal nein. Normal nein. Okay, das heißt, da stelle ich mein eigenes Bett rein? Ja, die meisten Leute haben hier eigenes Bett. Das ist nicht so, wenn sie ein Tiny House kaufen, dass sie kein Bett mehr haben. Stimmt, ja. Aber viele wollen das ja vom Architekten so mehr oder weniger eingerichtet haben. So ein kleines bisschen. Ja, gucken wir uns. Normalerweise können wir auch ein Müllpaket dazustellen, damit wir das komplette Haus einrichten können für Leute. Dann wird eigentlich gefragt nach den Wünschen, was sie gerne haben möchten. Und von den Wünschen aus wird dann gesagt, okay, dann richten wir so und so ein. Kriegen sie eine Zeichnung davon, wie dann letztendlich sein wird. Aber das bekommen sie auch schon, wenn sie bei uns ein Angebot für ein Haus erstellen. Dann machen wir auch erst einen Grundriss und danach machen wir eine 3D-Zeichnung von dem letztendlichen Endprodukt. Weil wir finden wichtig, dass die Leute auch wirklich etwas bekommen, weil die ich auch schön finde. Ja, gut ist natürlich hier, dass du keine Tür hast. Das heißt, das öffnet den Raum nochmal ein kleines bisschen. Ein echtes, zwei Personen. Und jetzt müssen wir uns einmal noch mal das Bad angucken. Ja, das ist um lagert hoch zehn. Ich glaube, das Badezimmer ist so das Wichtigste. Leute gucken so ins Bad rein. Das ist so, wenn das Bad nicht schön ist, kannst du das Haus nicht verkaufen, ne? Und im Badezimmer muss man sich wohlfühlen, aber muss auch ein bisschen Platz haben. So, das machen wir jetzt mal gerade. Warte mal, ich gehe mal kurz rein. Wahnsinn, es ist das erste Mal leer, dass ich das jetzt hier sehe, oder? Ja, das ist eine ganze Sache voll gewesen. So, Marmor-Optik? Ja. Ja. Und das Ganze auch mit der Riesendusche. Echt Glas? Echt Glas. So, grohe Armaturen. Es sieht aus wie grohe, zumindest mal. Ja, ist grohe drin. So, dann habt ihr das Waschbecken. Das ist ordentlich. So ein schönes Badezimmer haben viele nicht zu Hause, oder? So, ich denke, dass wir uns Mühe geben, um was Schönes zu machen und das bezahlbar zu halten. So, das ist hier mit da. Im Preis ist die Mehrwertsteuer schon drin, oder? Die draußen steht. Im Preis war die Mehrwertsteuer drin, ja. So, die ist in den Niederlanden wie viel, die Mehrwertsteuer? 21. In Holland 21, aber wenn wir in Deutschland liefern, müssen wir die deutsche Mehrwertsteuer brechen. Okay, wunderbar. Ich gehe mal ganz kurz raus, dann filmen wir es noch einmal. Lassen die anderen wieder rein, denn Nachfrage ist sehr groß. Wie viele würden Sie kaufen von den Häusern hier? Mir würde eins reichen. Eins reichen. Ist das nicht zu klein, so auf Dauer? Kann ich jetzt nicht sagen. Im Moment nicht, nicht. Im Moment nicht. So, wir gehen schnell raus. Es ist um Lager. Das ist ja fast hier wie im Europapark, muss ich sagen. Die Leute können Tickets ziehen und dann kommt man irgendwann mal auf die Achterbahn. Ja, normal gesprochen würde ich sagen, wenn ich für jeden Besucher einen Euro bekommen würde. Ist die schön, die Messe hier? Gefällt Ihnen die Messe? Das gefällt mir sehr gut, ja. Warum denn? Weil man hat eine große Auswahl. Man kann sich Informationen holen, die man normalerweise so sich zusammenglauben müsste, alles an einem Ort. Das ist prima. Was ist denn ein schöner Tiny House für Sie? Was ist denn, weil, ist das schon... Es ist gemütlich. Gehen Sie mal zu Ikea. Da ist es auch ganz nett manchmal eingerichtet. In den Kojen jeweils, gell? Ja, zum Beispiel. Okay, vielen, vielen Dank. So, ja, dann machen wir noch ein bisschen Werbung für euch. Preko Farb heißt das Unternehmen. Ja, Preko Farb. Ihr kommt aus den Niederlanden. Wo seid ihr ungefähr? Wir sind in Emmen, da haben wir eine Firma, eine Produktionsstelle. Daneben haben wir noch eine Produktionsstelle in Hannover und eine in Klassinafain. Wir haben einen Ausstellungspark in Wesenberg und in Bodenwörr. In Wesenberg, in Deutschland? In Wesenberg, in Mecklenburg-Vorpommern. Da sind ungefähr wie viele Häuser stehen da? Das ist abhängig. Das kann eins sein und das können zwölf sein. Okay. Wenn ich ja vorher anrufe, ich rufe montags an, kann es sein, am Samstag sind alle wieder weg? Wäre möglich. Wäre möglich. Also auf gut Glück einfach vorbeikommen. Oder vorher anrufen, dann weiß man, wie viele kommen. Und man kann auch immer den Weg nach Holland machen. Jeder ist immer herzlich eingeladen bei uns. Willkommen. Kaffee ist immer fertig. Und eine gute Bedienung und ein guter Service ist dann. Sehr schön. Dein Vorname? Wie ist dein Name? Christian. Christian. So, hier vorne stehen wir. Das ist jetzt was ganz anderes. Von der Optik habt ihr ja hier den Vogel abgeschossen. Weil das hier kennt man ja so mehr oder weniger auch auf Ferienparks und so weiter. Aber das hier, das sieht ja aus wie eine richtige Villa, oder? Ja, normal gesprochen ist es qualitativ, dass die nicht miteinander zu vergleichen sind. Okay, das musst du ja sagen. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Die New Housing in Karlsruhe 2023. Tschüss. Ich zeige euch noch, hier vorne sind noch so ein paar Haustypen in der Slideshow, dass ihr das Ganze mal sehen könnt. Also Preco Farb heißt der Laden. Und ja, das sind so typische Häuser, die hier gefertigt werden. Vielleicht fahren wir mal hin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.